Unsere Kexis sind wieder etwas älter und treten in der Juniorinnen-Wettkampfklasse mit dem Reifen ab. Die vier Mädels haben schon einiges an Wettkampferferung gemacht. Heute sind sie kleiner als im Fit, wollen uns aber trotzdem ihre Wettkampfmühungen zur Vorbereitung auf den Donauberkahlen und die Bundesmeisterschaft im Oktober zeigen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist die Frage, die ich mir fühle.